Weil ich auch nie die Arroganz hatte, einem Kunden zu sagen, sie wollen meinen Preis bezahlen, sie wollen eine große Menge kaufen, aber ihr Gesicht gefällt mir nicht. Das heißt, ein Gastronom sagt, wenn sie reingehen, Moment, die dürfen keinen Platz einnehmen, sie würden zwar viel essen und alles, das sehe ich ihnen an, aber ich sage mal, sie gefallen mir nicht.